Es ist wahr, was du sagst. Als ich gerade... So, da bin ich wieder. Jetzt hatte ich den Absturz und da hat es mir richtig das Spiel zerrissen. Und da habe ich auch die Aufnahme total platt gemacht. Und jetzt habe ich noch eine Stechmücke platt gemacht. Saufi! Und sie ist voller Blut? Das Mistvieh hat mich gestorben, ich habe sie immer mitgekriegt. Ich fühle mich wieder, wie alt ich mittlerweile bin, dass ich ja mal mitkriegt, wenn ich ein Moskito stiche. Egal. Was wollte ich gerade sagen? S.S.S.3 ist abgestürzt, es hat mir meine Aufnahme mitgelatzt. Und deshalb habe ich es jetzt so gemacht, dass ich die Kernszenen, also diese Video-Zwischen-Sequenzen zwischen den vielen herumgereihte, mir quasi bei einem... Mittlerweile, das ist das Schöne, wenn man das mittlerweile mal drei Jahre macht und geschmeidliche 5000 Videos am Start hat, man wird dann doch irgendwie wahrgenommen als YouTuber oder Let's Player, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich bin zweifelhaft. Sorry. Ja, auf jeden Fall habe ich halt da auch Leute kennengelernt, die das wirklich ernsthaft betreiben und sich da voll die Mühe machen und da mit Musik einspiele und Rückblick und Vorwärtsblick und Bilder einblenden und hast du nicht gesehen. Das mache ich ja alles nicht. Das brauche ich nicht. Ich bin ja nicht Entertainment-Onkel hier. Ich sehe ich auch irgendwo nicht ein. Ich mache das einfach der Games-Archiv, damit ihr die Spiele kennenlernt und herausfindet, ob euch das gefällt oder nicht. In dem Fall, gut, muss ich ehrlich zugeben, zocke ich es jetzt auch einfach mal durch. Kraft, eigene, Arroganz, weil mir das einfach wirklich viel Spaß macht. Ja, auf jeden Fall kenne ich da mittlerweile den einen oder anderen, der das ernsthaft betreibt, also wirklich hier den Belustigungsonkel spielen will und den habe ich gefragt, er hat gemeint, klar, darf ich machen. Da habe ich einfach von seinem Let's Play mir die Dings ausgeborgt, also diese Zwischensequenzen, dass sein richtiges Let's Play, sein Gelaber, wie er rumläuft, jemand erschießt, das habe ich jetzt natürlich nicht übernommen, weil er bescheuert. Mir ging es jetzt nur darum, dass ihr diese Geschichte, diese Story nicht verpasst, aber das ist schon krass, wie dieses Spiel sich übelst eingefroren und dann abgeschmiert ist und alles mitgenommen hat. Das hatte ich bei Assassin's Creed bis dato so auch noch nicht. Also ich habe den einen oder anderen Bug, ich hatte jetzt bei dieser Aufnahme von mir, die jetzt geschossen wurde, hatte ich einen interessanten Bug. Da bin ich in so eine Höhle gekrabbelt, um so eine Kiste rauszuholen, zwischen dem Paul Rivere-Ritt und der Schlacht von Lexington, Concord Lexington, gut Concord war ja eher ein Rennen wie die Hasen, aber egal, habe ich noch schnell zwei Schatzdrohnen da in Lexington ausgehoben. Und das eine stand in der Höhle und danach hatte ich einen interessanten Bug, dass danach alle Gespräche diesen Höhlenhall weiter hatten. Das fand ich ganz witzig irgendwie. Ja, leider ist, wie gesagt, diese Aufnahme zerschossen worden. Also den einen oder anderen Bug hatten wir schon. In Teil 2 hatten wir, dass ich durch den Boden geklitscht bin, am Hafen und unter dem Wasser gelaufen bin. Aber dass das Spiel so rabiat sich aufhängt, das hatte ich in dem Fall auch noch nicht. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass hier der Tobi, der ab und zu mit dem Kronk zusammenspielt, zumindest habe ich das so mal mitgekriegt. Und ich habe mir nämlich von den beiden Spaßonkeln hier das Video angeschaut zu, wie hieß es nochmal, 2D-Pixel-Bagger-Spiel Starbound. Und da hatte ich mir das Video von denen erstmal angeschaut, wo ich mir das Spiel gekauft habe. Das war nicht mal so ein Spiel, das ich mir wirklich relativ früh am Early Access gegönnt habe. Und nicht gewartet habe, bis irgendwie Summer oder Winter Sale oder hast du nicht gesehen sehen ist. Weil das Spiel mich wirklich überzeugt hatte bei denen im Video. Und der hatte wohl bei seinem Assassin's Creed 3 Spielen auch häufiger einen Absturz. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob der das auf der Playstation gespielt hat oder am PC. Das weiß ich nicht genau. Egal, ist auch völlig irrelevant. So, wie gesagt, also ich habe jetzt diesen Abschnitt, den die Forze, also ich hatte ja Paul Revers Ritt im letzten Video von mir angefangen. Dann hatte ich ja diesen ulkigen Bug, dass der irgendwie ertrunken ist. Ach nee, Quatsch, ich war abgesessen im Wasser und wollte dann über die Brücke laufen. Der Depp ist im Wasser stehen geblieben, ist er herher gelaufen, dass der Spiel diese kondensiert hat. Manchmal ist das auch ein Bug, egal. Und dann wurde ich an den Ufer zurückgesetzt und dann habe ich die Aufnahme wieder gestartet. Bin dann mit ihm noch zu den zwei weiteren Häusern geritten. Diese Zwischensequenzen habe ich euch ja dann zusammengepackt zu diesem Video. Die sind jetzt quasi zwischen meinem eigentlichen letzten und diesem hier. Und dann geht das ja schon weiter zu Concord und Lexington. Und dann, wie gesagt, habe ich euch jetzt einfach mal so zusammengestellt, dass ihr diese schönen Zwischensequenzen habt und diese Gefechtsszenen. Weil, das ist halt die Krux in der Sache, das ist halt wieder das Blöde, wenn man eine Konsolenportierung vor sich hat. Ich kann keinen früheren Speicherstand anwählen. Ich kann ja keine Speicherstände anlegen. Ich kann jetzt einfach wie in einem richtigen PC-Spiel sagen, naja, ist jetzt so schlimm. Ich lade jetzt einfach Speicherstand XY und das ist vor Paul Revers Ritt. Und dann mache ich das einfach nochmal. Ne, das Spiel macht automatische Speicherstände. Und nachdem das hier gecrashed war, während dieser, das ist ja gecrashed bei mir, während des Gelabers hier im Kontinentalkongress, während der Washington am Schwätze ist, ist das Spiel abgestürzt. Er hatte das aber schon irgendwie ein Savegame angelegt. Oder das war jetzt einfach der nächste Savegame. Und dadurch konnte ich das nicht nochmal alles selber spielen. Das heißt, die einzige Möglichkeit für mich wäre, das euch zu zeigen, wenn ich das selbst machen wollte, dann, also wirklich komplett nochmal selbst, ich müsste das komplette Spiel nochmal von vorne anfangen. Und das sieht man mal wieder, wie beschissen das ist, wenn diese Konsolenspiele auf PC portiert werden. Und dieses Autosave-Gedöns wird da gemacht. Ich kann halt einfach nicht, ich kann halt keine Speicherstände anlegen und nochmal machen. Ich kann immer nur sagen, okay, letzter Checkpoint und davor geht halt nichts. Und das ist halt echt einfach Kacke. Das will ich überhaupt nicht anders sagen und beschönigen. Deshalb bin ich, ich, deshalb mag ich das nicht, wenn diese Spiele zuerst für eine Konsole gemacht werden und dann so mehr oder weniger lustlos auf dem PC portiert werden. Egal. Komm, wir spielen jetzt einfach weiter und hoffen, dass das Spiel jetzt einfach nicht nochmal abstürzt. Aber für mich, ich habe eine kleine Lehre daraus gezogen. Für mich, ich setze jetzt, ich tue jetzt häufiger einfach mal die Aufnahme unterbrechen, dass wenn es wieder abkackt, das Spiel, ich zumindestens nicht so einen langen Abschnitt verliere komplett. Weil ja, wenn dieses Spiel abstürzt, es zerschießt mir die komplette Aufnahme. Und wenn man da dreiviertel Stunde gespielt hat und 45 Minuten sind einfach mal in der Tonne. Ich bin alt, so viel Lebenszeit habe ich nicht mehr zu verschenken. Passen auseinander, aber seit der Renovierung ist es nicht mehr morsch. Nun, eigentlich sind es die Deutschen von nebenan. Nette Leute, aber die furzen das ganze Treppenhaus voll, so viel Kohl, wie die immer fressen. Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Hm. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Ja, ja, die Propaganda-Schlacht haben wir in Europa im Dreißigjährigen Krieg schon sehr ausgiebig. So, wo bin ich denn überhaupt? Wo soll ich überhaupt hin? Ja, das kennen wir schon, das Runterspringen von zu hoch. Das geht ganz schnell mal so auf die Söhn. Ja, das ist okay. Das schafft er. Wobei ich das jetzt seltsam finde, dass ich zu dieser Mission... Achso, weil das auf der gleichen Karte ist, deshalb kann ich keine Schnellreise machen. Nur wenn es in Boston wäre oder in Devonport, der könnte ich nicht schreien müssen. Ich selber ja eins. Ja, ja, also für das Thema Open Work, ja. Was ich ganz witzig fand, wie ich mir die Videos angeschaut habe von dem, hier dem Let's Player, von dem ich diese Cutscenes aus seinen Videos dann entnehmen durfte. Ich habe mir mal kurz ein Netzplay zu Assassin's Creed 3 angeschaut. Was ist der, der da ein Fass aufmacht? Ähm, der spielt ja, der macht ja jeden Mist in diesem Spiel. Der sammelt jede beknackte Feder, holt jede Kiste, macht jede Mini-Quest, Jagdgesellschaft, Seemonster, hast du nicht gesehen, der macht das alles. Ich denke mir doch, das ist doch viel Arsch, das sind doch alles nur so Zeitvertreib-Mini-Spielchen, die die Entwickler da reingepackt haben, damit das Spiel nicht ganz so leer ist. Ähm, letztlich muss man halt einfach mal sagen, bei Assassin's Creed 3 ist es ja wirklich schön, dass sie diese hier so große Karten so haben. Aber wenn man sich das mal anschaut, die haben eine ganz tolles Hauptstory mit, ähm, diesen historischen Figuren und Ereignissen, die sie eingearbeitet haben. Das ist ja wirklich schön, ne, das gefällt mir auch sehr gut. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel spiele. Aber man muss halt sagen, dass das ansonsten alles relativ leer ist. Also, wenn man mal ehrlich ist, sind wir mal ganz ehrlich, dieses Spiel braucht keinen Open-World. Das, die, dieses, dieses Assassin's Creed 3 Gut des Teil 2, können wir, können wir eigentlich auch sagen, das bräuchte dieses Open-World nicht. Das könnte auch, das würde auch gut funktionieren in so einem Schlauch-Level-Action-Spiel wie eben Call-of-Duty-Singleplayer-Spiele. Das wird einwandfrei auch funktionieren. Dieses ganze Open-World-Gedöns, das sie da drumherum aufhalten, ist gut und schön, aber sie nutzen es ja überhaupt nicht wirklich. Ähm, ich finde halt, dass diese Action-Spiele in Open-World immer so ein bisschen absaufen. Äh, ein richtiges Rollenspiel, wie zum Beispiel Elder Scrolls Skyrim, das kann da drin aufleben. Weil da kann man den Charakter drin entwickeln. Aber hier findet ja gar keine Charakterentwicklung statt. Wir haben hier keine echten Neben-Quests und richtige Handlungen, Nebenhandlungen. Wir haben hier eine Hauptschichte. Die läuft durch dieses, durch dieses, dieses Spiel durch. Und das läuft in diesen offenen Provinzkarten. Die ansonsten würden wir jetzt, also wenn man jetzt mal vom Hauptding weg sieht, eigentlich leer sein. Das wäre ja alles komplett sinnfrei. Das würde zwar alles hübsch aussehen, aber wir bräuchten das alles überhaupt nicht für die Story. Und damit das halt nicht ganz so sinnfrei einfach nur offen rumsteht, packen die halt da so Minispiel-Krempels rein. Das ist ja alles für die Haupthandlung und für das Spiel selbst total unnötig. Das ist ja hübsch, ja. Wir suchen halt die Klunker von Captain Kitt und die Feder von Manitou und sammeln dann noch den letzten Elchgeweih oder so. Das ist ja alles ganz putzig, aber das sind ja alles nur so Nebenspielchen. Und ich glaube, dass das immer so ein Konsolending ist. Ein PC-Spieler, denke ich, sitzt vor seinem Computer und sagt, ja, hm, brauchst du alles überhaupt nicht? Ich spiele ja diese Haupthandlung. Wie gesagt, entweder hätten sie den nächsten Schritt machen sollen und hätten daraus ein richtiges Rollenspiel machen sollen. Das wird aber wiederum sich mit der Haupthandlung beißen. Oder was meiner Meinung nach mir viel besser passen würde und das ganze Spiel deutlich dichter machen. Wenn sie so ein Schlauchlevel-Ding draus machen würden, gescriptet, es ist ja so relativ stark gescriptet, aber wenn man dann so ein Schlauchlevel-Ding machen würde, wie die Call of Duty Singleplayer. Ich glaube, das würde dem ganzen Spiel eigentlich gut tun, weil das massiv entschlackt würde. Weil dieser ganze Krempel zum Rum, das ist ja niedlich, aber das braucht ja eins, kein Mensch. Das ist ja alles aus Selbstzweck, die in der Haupthandlung keinerlei Relevanz entfalten. Halt! Was ist dein... Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir! Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Ich gebe nichts auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeze ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. Ich gehe jetzt zum Bunker Hill. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich hisse diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Ein lustiges Sammelsurium von Geschützen, das ihr da habt. Von guten strategischen Stellungen an die Amis noch nie in der Ahnung. Die machen halt viel zu gern. Ich weiß nicht, warum dieses Volk so gern sich immer so... Ich weiß nicht. Ich habe im Eindruck, für die ist die Show das halbe Ding. Die stellen sich lieber mitten ins Feindfeuer, verlieren die Hälfte ihrer Leute, aber es wirkt dann irgendwie besser und es ist total theatralisch. Das scheint für die irgendwie wichtiger zu sein, als effizient zu kämpfen. Das kommt davon, wenn man eben alles aus Holz baut. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist doch im besten Fall eine Korvette. Fünf Kanonen. Das ist nur Dings. Eine Brick. Das hat doch winzig kleine Geschütze. Die haben in dem Fall überhaupt keine solche Wirkung, wenn die da mit Häuser geschehen sind. Das müssen wir hier nicht schleichen, oder?